Wemule, die Eule, und Villanje, der Wirbelwind, waren einst junge Männer und gute Freunde. Gemeinsam gingen sie auf die Jagd, nahmen ihrer Mahlzeiten zusammen ein, schliefen jede Nacht im gleichen Lager und schwatzten den ganzen Tag miteinander. Das Merkwürdige bei alledem war, dass Villanje für den Gefährten stets unsichtbar blieb. Die neugierige Eule, die alles daran setzte, den geheimnisvollen Freund endlich zu Gesicht zu bekommen, starrte unablässig in seine Richtung, bis ihre Augen mit der Zeit immer größer und runder wurden. Wenn die beiden auf die Jagd gingen, so wanderten die Waffen des Wirbelwinds neben Wemule her, ohne dass der Träger sichtbar wurde. Hatten sie nach langer Verfolgung ein Känguru schließlich niedergehetzt, dann beobachtete die Eule, wie sich der Speer in der Schleuder wiegte und von Geisterhand geworfen sein Ziel traf. Weiterhin war der triumphierende Schrei des Jägers zu hören, der die Beute zu Fall gebracht hatte. Wenn die jungen Männer herbeistürzten, um dem Tier den letzten tödlichen Schlag zu versetzen, war es Villanjes Keule, die ihm den Hieb versetzte. All dies spornte die Eule natürlich weiter an, das Geheimnis zu lüften. Vergeblich bemühten sich ihre großen, runden Augen, aber immer wieder starrte sie nur ins Nichts. Eines Tages waren die Freunde wie gewöhnlich auf der Jagd und erbeuteten mehrere Warane und Wildenten. Gegen Abend kletterte Wemule noch flink auf den großen Eukalyptus in der Nähe des Lagers und zog eine fette, junge Beutelratte aus dem hohlen Baumstamm. »Wirf sie hinunter«, rief Villanje, »das gibt einen saftigen Braten.« Im Lager dann wurde die Beute über dem Feuer geröstet, wobei Villanje die verschiedenen Tiere jeweils auf eine besondere Art zuzubereiten wußte. Es war ein richtiges Festmahl. Bald danach rollte sich der Wirbelwind, müde vom vielen Essen, in seine Felldecke und fiel in einen tiefen Schlaf. Nun konnte Wemule seine Neugierde nicht länger im Zaum halten. Das war die Gelegenheit, auf die er so lange gewartet hatte. Lautlos huschte der Eulenmann um das niedergebrannte Lagerfeuer herum, hob behutsam einen Zipfel von Villanjes' Decke hoch und starrte mit weit aufgerissenen Augen darunter. Da war es auch schon geschehen. Heulend brach der Wirbelwind aus dem Dunkel hervor und zerstreute glühende Holzkohle, Waffen und abgenagte Knochen in aller Himmelsrichtungen. Wemule selbst wurde von dem pfeifenden Luftstrom mit solcher Gewalt in einen hohlen Baumstamm gedrückt, dass er aus dem obersten Astloch wieder herausschoss und weit über die Ebene wirbelte. Verzweifelt versuchte Wemule noch immer den unheimlichen Freund zu Gesicht zu bekommen, der ihn vor sich her durch die Lüfte jagte. Aber so sehr er den Kopf auch drehte und wendete, nichts war zu sehen. Zuletzt bekam er einen starken Akazienast zu fassen, an den er sich klammerte, bis Villanje, der Wirbelwind, vorbeigebraust war. Seit dieser schrecklichen Nacht aber sind die Augen der Eule so groß und rund geblieben, wie sie noch heute sind. Der unsichtbare Gefährte Gelesen von Benjamin Werner